So, da gab es bei der Aufnahme doch glatt mal ein paar Probleme. Die erste Hälfte wurde mein Mikro nicht richtig erkannt, weil OBS meinte, gibt es nicht, okay, alles klar, kriegen wir hin, überhaupt kein Ding. Deswegen gibt es jetzt einen Schnelldurchlauf. Ich war zu Hause, ich habe alles angeschlossen, ich habe nochmal ein bisschen was rumgezeigt, kurz Pläne geschmiedet, bin dann losgelaufen, habe nach Ruhe gesucht, bin gestorben, bin nochmal zurückgelaufen, habe mir neue Sprungstelzen gebaut, bin wieder losgerannt, bin nochmal gestorben, bin dann wieder zu Hause aufgetaucht, habe wieder Sprungstelzen gebaut, bin losgelaufen, stehe jetzt bei meiner Kiste und wir suchen weiter in Rohöl. Die Folge wird ein bisschen kürzer, ist halt so, lässt sich nicht ändern, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Also, 3, 2, 1, Action! So, und da war dann noch das Diensthandy, super, manchmal läuft es. Ähm, okay, wir haben erstmal alles wieder reingelegt, wir haben ein bisschen Platz im Inventar, wir haben jetzt doppelt Sprungstelzen. Ne, ich hatte mir ja ein paar extra hergestellt, aber meine Güte, die bringen wir dann nachher wieder zurück und dann waren wir auf der Suche nach Öl, beziehungsweise irgendwo liegt jetzt noch eine Kiste von mir rum, glaube ich. Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Ein Haufen Signalisatoren, habe ich vielleicht doch schon wieder aufgesammelt, na gut. Dann gucken wir jetzt nach, weiter nach Rohöl. So, sollte ja nicht mehr allzu weit weg sein jetzt, jetzt können wir hier die Panzer auch wieder mitnehmen. Zack, plomben, 600 Meter, 800 Meter, das klingt doch super. So, jetzt müssen wir hier noch weiter runter, oder was? Ach, fick die Henne, können wir hier nicht irgendwie lang? Ih, das gefällt mir da gar nicht mit dem pink-rosa Gedöns. Aber gut, bauen wir uns mal einen Weg nach unten, wa? So, wird schon irgendwie gehen. Zack. Okay, da ist ein netter kleiner Krater, oder whatever. Guck, dass ich Beton mitgenommen habe. So, dann sind wir schon mal unten. Und dann gucken wir mal nochmal. Ii, das ist ja die sich hier. Okay. Warum mir das nur gar nicht gefällt? Ich weiß es nicht. Uh, Wasser. Okay, Wasser ist erstmal keine Gefahr, meine ich. Boah, jetzt sag nicht, dass es da oben ist, dann kriege ich eine Macke. Alter, was ist das denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Na, ach, jetzt kann ich nicht mal mehr scannen. Weil ich ja hier fleißig am Schwimmen bin. Können wir hier irgendwie ein Stückchen hoch, sodass wir... Na, komm. Na? Ja, sehr schön. Das hat geklappt. 300 Meter. 500 Meter. Okay. Wir kommen dem ganzen näher. Jetzt sagt nicht da oben drauf. Nee, das ist da weniger als 300 Meter. Na, ist ja schön rot hier. Das kommt mir allerdings sehr bekannt vor hier. Hier war ich doch schon mal. Das war... Hier waren wir doch in der Community-Folge. Das ist der Strand oder was? Nee, da ist eine gelbe Schnecke. Aber da habe ich doch reingelaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier beim Uran... Das begeben wir mal fleißig. Gefangen. Oh, das sind aber ordentlich ein paar hier. Na, komm her. So. Und wo zur Nächste? Da. Wir haben jetzt wieder genug Healkram, dass wir uns das hier... ein bisschen erlauben können. Und nicht gleich... dem Tod anheimfallen. Na, komm. Ach, fick dich. Das war so nicht geplant. Was? Die kann ich nicht aufnehmen? Ich stelle hier ganz voll. Denkt mich fett, ey. Meine Güte. Und... Komm her. Ja, wollte er gerade noch umdrehen. Der Sack. Das können wir denn hier ein bisschen ausmustern. Hier, wir können uns einmal fertig heilen. Gönn dir. Und dann haben wir wieder Platz... für... Alienpanzer. Haben wir nicht. Warum nicht? Weil wir die jetzt wieder rüberpacken müssen. Okay. Wäre cool, wenn die irgendwie automatisch ins Inventar rutschen würden. Das wäre echt ganz schön. So, und dann gucken wir doch mal. 100 Meter. Plump, plump, plump. Oh. Da vorne. Ja, das sieht sehr nach Matsche-Patsche-Öl aus. Okay. Noch mal ein paar Himbeeren. Und jemand, der uns ganz fies aufs Maul hauen will. Ach, so einer wieder. Ätzend. Hau ab. Verpiss dich. Ja, 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 ja. Komm. Ich krieg dich schon klein. Brauchst du hier gar nicht lange rumeiern. So, was haben wir hier oben? Nix, aber nur ein Stein. Okay. Gut. Hier ist also einmal Öl. Und da ist das zweite, würde ich mal einfach behaupten. Pling, pling, pling. Überall um mich rum. Da einmal. Da einmal. Und da einmal. Wenn ich das richtig sehe. Ping, ping, pling. Sogar mal eine vierte. 255 Meter. Okay. Dann geht hier ja ordentlich was. Dann würde ich sagen. Betonieren wir hier doch erstmal ein bisschen mal was. Dann betonieren wir doch erstmal. Obwohl wir bräuchten. Haben wir hier Kohle in der Nähe? Dann muss ich nämlich erstmal Strom. Pling. Sieht nicht so aus. Oha. Einen haben wir erwischt. Boah, ich glaube wir haben gleich zwei ungenietet. Sehr geil. Nee, Kohle ist ganz schön weit weg. So. So. Na, kann man. Wo ist nochmal drei? Sehr schön. So. Da ist mal Ruhe. Und dann. Zeit für Beton. Wie richten wir das aus? Ist das so in Ordnung? Ich glaube so geht das, oder? Ja. Zack, zack. Schaffen wir uns hier mal Platz für eine Basis. Geht ja so nicht hier. Zack, zack. Wahrscheinlich wird die Fabrik für die Ölverarbeitung wieder riesengroß. Wald ist ja höheres Tier. Und da muss man es ja komplexer und größer und besser und hast du nicht gesehen mal. Na, der war verrissen. Nochmal. Ich habe mir die mittlere Maustaste übrigens angewöhnt. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Das muss nachher weg. Und dann geht das erst mal. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann können wir uns laufen, natürlich nicht. Dann bauen wir uns hier einmal fix. Eine Werkbank. Rang. Stabetonkenten. Die sind dabei ergiebig meine Fresse. So, und dann machen wir uns fix. Na, wo sind sie? Fester Biotreibstoff. Da haben wir ihn doch. Das reicht ja auch recht fix dann. Die sind für Notfall gar nicht schlecht, ey. Die ergeben so viel, weil die Ketten sind gleich wieder voll. Ich könnte auch mit Biotreibstoffgeneratoren erstmal hier bauen. Aber irgendwie finde ich das doof. Weil das hält ja nicht irgendwie großartig lange vor. Aber es wäre ein Anfang, um das Ganze zu überbrücken, ohne dass ich nachher wieder komplett die Infrastruktur hier hochziehen muss. So, den Rest schreddern wir. Und dann nehmen wir den Scheiß hier weg. Flop. Flop. Verschwindet auch gleich. Sehr schön. Das ist aber ein schönes Bild. Meine Güte. Schick, schick. Farbgebung ist hier ganz schön geil, ne? So, das Lila mit dem Sonnenaufgang. Das fetzt schon für eine Mark. Godraids bin ich sowieso mein Fan von. Cooler Scheiß. So. Hier haben wir grundsätzlich erstmal Platz. Hier haben wir das Öl. Gehen wir den Scheiß gleich weg hier. Zack. Einmal eine Platz für Blätter. Nun gut. So. Plattform drauf. Und dann gucken wir mal, wie kompliziert das wird. Ach, scheiße. Klick, klick, klick. So, 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 so. Und dann kriegen wir das Ding auch bestimmt schon hier drauf. Ölpumpe. Ja. Das Ganze richten wir nach hier aus. Perfekt. Du kannst erstmal weg. Und dann haben wir doch schon ganz gut Platz hier. Weg dann mal. Halt die Fresse. Scheißkettensegel, ey. Ist das Ding nervig. So. Wie viel Megawatt brauchst du denn? Kein Strom. 40 Megawatt. Okay. So. Und dann wollen wir herstellen. In der Raffinerie. Die bauen wir hier schön bündig ran. Vielleicht drehen wir die Dings auch nochmal. Oha. Die ist ganz schön breit. Die ist ganz schön breit. Und da ist der Eingang. Hm. Ja gut. Das kriegen wir aber geregelt. Wie breit bist du denn? Mein Fresse. Warten Oschi. So. Hier wollen wir herstellen. Kunststoff. Hier brauchen wir tatsächlich nur Öl für. Das macht das Ganze ja ganz. Okay. Und Flüssigkeit wird da draus. Zehn Kubikmeter pro Minute. Okay. Bauen wir mal noch eine. Gucken was das abschmeißt. Hm. Ach. Macht auch. Ah. Okay. Was ist das? Aus. Polymer Harz. Schmeiß das mal einmal an. Lumi. Achso. Wasser. Und was auch immer Polymer Harz ist. Achso. Ein Nebenprodukt der Ölraffineration. Okay. Und mit was haben wir hier Polymer Harz auf dem Markt? Wir kicken mal. So. Ah. Petrokobs. Okay. Okay. Damit könnten wir einen Kuhlegenerator anschmeißen. Kostet Flüssigkeit. Damit kriegen wir einen schönen Kreislauf zustande. Das wäre ja ganz cool. Das wäre ja echt cool. So. Also. Du gibst Flüssigkeit aus. Und Schweröl. Äh. Und. Plastik. Frau guckt doof. Du machst aus den Rückständen Petrokobs. Und zwar 120 pro Minute. Und du machst. Den ich dann aber auch schreddern kann im Zweifelsfall. Das ist ja ganz gut. Äh. 10 pro Minute. 10 Flüssigkeit. Was bitte? Lass dich ein bisschen ruhig kohlen. Ja und? Das kennen meine Leute ja nicht anders. Ich klinge ja immer gleich. Ja ja. So und der braucht 40 Rückstände. Oh Gott. Der bräu ja vier Raffinerien. Holt. Eingang 30. Du spuckst aus. 120. Das heißt wir können. Vier davon laufen lassen. Dann kriege ich eine ganz schöne Menge Petrokobs. Und meine Fresse. Oh haua. Ja das machen wir wirklich erstmal mit Generatoren. Damit bringen wir das Ganze ans Laufen. Und dann haben wir die Rückstände auch gleich aufgefangen. Das klingt doch richtig gut. Obwohl ich kann den auch einfach runter takten. Der braucht 40. Aber der braucht 40 dann dafür. Und hier kommen 10 raus. Naja. So. Und das Ganze leiten wir dann. Nehmen wir mal jetzt mal Platz. Weg damit. So. Petrokobs. Das schmeißt du dann da raus. Ich will aber erstmal hier vier Raffinerien stehen haben. Die sind die eine Ölquelle voll ausschropfen. So. Und dann stellen wir dem Ganzen gegenüber. Oh ha. Hier geht echt schon mit der Beton aus. Das ging schnell. Das ging äußerst schnell. Na da waren wir noch. So. Und eine. Könnten wir neben die Pumpe stellen. Dass wir hier so einen kleinen Kreislauf haben. Lilo. Sag mal. Mein Fräulein. Nicht mitten im Haus rumkläffen. Was soll denn das? Ja das wüsste ich auch gern. Okay. So. Okay. So. Dann lassen wir den ja erstmal ausspucken. Möglichst gerade. Boah. Der ist sogar ziemlich mittig. Das ist ja geil. Bis. Hier. Mach mal. Also ich hätte das schon gern ganz gerade. Also so gerade wie es geht. Und dann gerade nach hier. Ach komm. Sieht man auch immer scheiße. Und dann können wir erstmal. Oder auch nicht. Wir werden hier um die Fundamente nicht drum rum kommen. Ich glaube ein bisschen Beton können wir tatsächlich neu herstellen. Ich hatte da irgendwo Kalkstein gesehen. Den wir uns jetzt erstmal fix holen. Äh. Werkbank. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der stand doch hier rum. Da ist er doch. Das bringt zumindest nochmal wieder ein bisschen was in die Kasse. Meine Güte. Jetzt muss ich hier ja noch 5000 Mal hin und her rennen. Das wäre ja richtig ätzend. Da habe ich schon mal überhaupt keine Lust drauf. So. Das wird nicht so viel. Aber das reicht uns erstmal um die Fundamente hier ein bisschen weiter auszubauen. Brut. Stahlbeton brauchen wir nicht. Wir brauchen Beton 16. Na wow. Das ist ja unglaublich viel. Da kommt ja nichts bei rum. So. Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Platz. Den nehmen wir uns ja bei Zeit noch mal Förderwandeln. So. Das geht dann bis hier und etwas höher. Dann werde ich die Förderbänder da drunter nehmen. Obwohl, ne. Förderbänder mache ich dann doch lieber mit Dings hier. mit... Oh, wie lange können wir dich ziehen? Ich hätte dich gerne länger, ne. Aber gut. Wir werden noch ordentlich Beton brauchen. Scheiße, nur eins. Obwohl, da muss ich ja erstmal gar nicht ran. Da muss ich erst... Ne, da muss ich damit ran. So. Gut. Dann einmal hier eine Pipeline-Ecken. Das ist auch Asiel. Dass man die nicht... Dass da kein Snap-Punkt kommt, ne. Das machen wir, glaube ich, einfach anders. Wir setzen die aber hier auf den Boden. Und dann zeigt er mir auch kein Snap-Punkt. Das ist ja scheiße. So. Sitzt du richtig? Nö. Warum auch? Wäre auch zu einfach. Und jetzt sollte das passen. Von hier nach da. Und von hier nach da. Sauber. Sehr schön. So. Jetzt würdest du erstmal theoretisch Öl kriegen. Und Flüssigkeit ausspucken. So. Das heißt. Hier am Ausgang. Könnten wir jetzt hier hinten ein Lager hinbacken. Dass wir aber eher hier hinten ans Ende der Straße bauen. Wie hier irgendwo Kalkstellen in der Nähe. Sagen wir mal her hier. Natürlich nicht. Am Arsch der Heide. Das ist ganz schlecht. Plom plom. Tausend Meter. Das ist ja ewig weit weg. Und ich sehe auch erstmal keine Kalksteinfelsen mehr. Hier ist ein bisschen Kupfer. Womit wir nichts anfangen können. Weil wir davon eigentlich genug mitgenommen haben. Dass ich so viel Kalk brauche. Oder so viel Beton. Aber gut. Ich weiß wie schnell 500 weg sind. Von daher. Na ja. So. Allein für den Apparat brauche ich jetzt schon. Wie viel Strom? Na. No Power. Wie viel brauchst du denn? Wo stand es denn nochmal? 100 Prozent. 20 pro Minute. Blackheeks. 30 Megawatt. 30 plus 40 waren das hier. Wobei ich den erstmal noch runter takten kann. Um das Ganze erstmal ins Laufen zu kriegen. Dann haben wir immer noch genug. So. Dann brauchst du auch nochmal. Fürs Petro-Koks. Kosten 40 pro Minute. Der spuckt 10 aus. Aber gut. Damit kriegen wir einen Kohlereaktor ins Laufen. Strom. Kohle-Reaktor. Der hier erstmal so ziemlich gar nicht hinpasst. Super. Können wir irgendwo noch Fundamente einsparen. Das geht total gut. Was kostet ihr eigentlich? Stahlbeton. Was bringt denn nichts? So. Dann kommt das hier erstmal nach weg. Und den Platz hier brauchen wir aber. Und dann ist das hier platztechnisch auch schon wieder eng. so viel kriegen wir hier nicht weg. Das ist ätzend. Markus Bau nicht so eng. Ich höre es im Ohr schallern. Es gibt auch wenig Gründe so eng zu bauen. Könnten wir hier hinten. Eigentlich könnten wir hier hinten gleich Fundamente daran setzen. Ich nehme die hier mal weg. Die brauchen wir gerade nicht. Die brauchen wir auch nicht. Also weg damit. Ich könnte hier einen Kohlereaktor hinsetzen. Und hätte dann hier auch gleich Wasser. Und eine Brücke. Ist ja auch schön. So. So, 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 so. Was ist denn hier passiert? Na, ii. Mach das mal weg. Ist ja abartig. Du kannst eigentlich auch weg. Wieder ein bisschen Beton gespart. Läuft. So, gerade wäre schön. Und dann da. Nee, 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 nee. Feld auswiegend ist nicht. So. Das dürfte es da hin zu weit oder was? So. Jetzt haben wir einen schönen Knick. Sehr schön. So. Ausgabe. Plastik. Flüssigkeit. Ich weiß gar nicht, warum ich schon wieder gucke. Mal gucken, ob wir das irgendwie erstmal ans Rennen kriegen. Biomassebrenner. Provisorisch. 40. 80. Ach, scheiß Ding. Und. 120. Ja, das passt. Wir brauchen. Brauchen gar nicht so viel. Wir brauchen nicht 40, sondern 20. 20. Äh, die 30 brauchen wir voll. Das heißt 50. Und dann brauchen wir noch einen mit Petro-Koks. Das wirst du provisorisch. Wir brauchen nur 80 Strom. Da war ich noch zwei Biomassebrenner. Das heißt, wir können uns erstmal... Ach nee, wir brauchen noch eine Pumpe. Für Wasser. Äh, was brauchen wir dafür? 20 Strom. Okay, damit können wir leben. Die drehen wir uns aber zurecht. Da reicht auch erstmal eine. Dann stellen wir uns hier einen Kohlegenerator auf. Oder auch nicht. Das nochmal weg. Ähm, dass ich zu wenig Dings habe. Nervt mich, ne? Zu wenig Beton. Kohlegenerator. Ich würde aber gerne losgehen. Und hätte schon mal grundsätzlich ein bisschen was am Laufen. Das wäre total geil. Ne, umbauen kann ich das immer noch. Aber dann haben wir schon mal die erste Produktion hier. So, dann... Die da. Und dann kommen sie da ran. Ja, das ist ja scheiße. Nicht natürlich. Ach komm, fick die Hände. Brauchen wir jetzt noch nicht. Erstmal weg damit. So. Jetzt aber. Hier nach oben. Und... Und... Nee, eigentlich will ich das höher haben. Dann... Will ich das höher? Nee, ich will das nicht höher. Das ist so in Ordnung. Wie gesagt, alles provisorisch. Da macht das erstmal nichts. So, du produzierst dann nachher... Brut. 75 Megawatt. Damit kommen wir nicht ganz aus. War sogar noch ein zweites. Ist ja Wahnsinn. Aber gut, wir gucken erstmal, dass wir es ans Rennen kriegen. Ich brauche eigentlich hier hinten dran dann den nächsten. Der mir den Pietrokoks macht. Obwohl, wir könnten einen einfach... Das finde ich, glaube ich, besser... Umdrehen. Na komm. Nämlich so. Und dann kannst du... Zupp, zupp, zupp. Bis hier. Bis hier. Und verkackt. Sehr schön. Das sitzt aber. Sehr schön. So. Und so. So, dann kriegt der die Flüssigkeit. Macht daraus, Petro guckt. Und gibt das Ganze nach hier aus. Ich werde eine ganze Menge Beton holen hier hinten. Deswegen alles noch provisorisch. Ach komm. Ist doch nicht ein Ernst oder was. Wir machen was anders. Zack. So. Und so. So. Dann kriegst du Petrokoks, sobald es soweit ist. Und dann sieht das doch erstmal schon... ...ganz formidable aus. Jetzt machen wir das mal weg. Dann gucken wir doch mal, wie weit wir kommen. Ihr braucht erstmal Treibstoff. Sollt ihr bekommen. Tick, 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 tick. Wir haben sogar ein bisschen Holz und so da. Das ist ja herrlich. Blätter. Den Rest haben wir gleich mal in Pfennlichter. So. Und fester Biotreibstoff. Oh, da kriegen wir sogar ein bisschen was zusammen. Und das heißt, dass die Generatoren sogar eine Beine laufen. Und wenn der Kohlegenerator noch dazu läuft, dann läuft das noch viel länger. Es bleibt nur weiterhin Beton, unser Nadelöhr. Und da werde ich nachher so viel holen. Dass das hier einwandfrei läuft. Tick, 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 tick. Was wir nur erstmal brauchen, ist gleich ein bisschen Wasser. Dafür werden wir zuerst so... Ich hab hier schon wieder so ein Vieh mitten in der Base rumrennen. Das ist doch zum Kotzen, ey. Man glaubt es nicht. Nun wird fertig. Meine Güte. So ein bisschen... Krimskrams hier. Wie, jetzt willst du eh weitermachen? Doch. Heiß gelaufen. Geil. So. Einmal halbiert. Du gehst da rein. Und du gehst hier rein. Und dann verteilen wir doch erstmal Strom. Ganz provisorisch. Um erstmal grundsätzlich hier Strom an sich hinzukriegen. So, wir gehst mal hier. Und zur Pumpe. Dann gehst du erstmal hier rüber. Und nach... Na, einfach Linie können wir so wenigstens halten. Und so. Lässt die pumpen. Und... Du hältst dann... Bzzzzzzz... Wunderbar. Ja, das kommt, das kommt, das kommt. Hallo, das war zu viel. Hä? Wo ziehen die nur 30? Jetzt hauft. Oh, tatsächlich. Dann werden wir davon wohl ein paar mehr brauchen. Das kriegen wir gelöst. Machen wir nochmal 100 Biotreibstoff. Und dann kriegen wir das schon ans Rennen. Dafür brauchen wir noch Container, ne? Die wir den ganzen Scheiß auch abnehmen. Ich meine, das Petro-Koks wird wahrscheinlich nicht so gut brennen. Aber es wird die Anlage dann erstmal am Rennen halten. Zumindest grob. Ne, ich glaube, die Idee ist so grundsätzlich erstmal gar nicht verkehrt. Und auch dieses, dass wir da gleich separat Strom herstellen. Das ist in sich autark. Ist einfach. Ne, wir müssen nur gleich ein Lager so bauen. Und dann, dass wir Überschüsse direkt vernichten. Und erstmal ist es zur Energiestellung echt optimal. Kannst du nicht erst die 3 da wegnehmen. Dieser eine blöde Stack, der da so blöd rumappelt, eiert. Geht mir ja dezent auf Ketten. Das macht, dass das weg ist. So. Haben wir 100. Können wir das nochmal aufteilen. Zack. Dann müssten wir eigentlich genug haben. Du läufst. Du läufst. Und ihr seid natürlich noch nicht auf dem Stromnetz. Geh das nochmal ab. Und dann machen wir einfach da ein hin und da ein hin. Und dann gehen wir so da ran. Ja, 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 ja. Komm, bleib mal ganz locker. Atmen wir mal ganz gemütlich durch die Hose. So. Und jetzt haben wir erstmal genug Dampf. So. Dann haben wir grundsätzlich erstmal alles am Laufen. Du kriegst ein Lager fürs Gummi. Quatsch. Auch ganz stumpf erstmal hier. Ne, wir brauchen hier erstmal... Das Problem ist halt, dass wir diese blöde Infrastruktur erstmal aufbauen müssen. Das ist ja dumm. Dumm, 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 dumm. Das ist Ausgang. Und hier brauchen wir einen Eingang. Gut. Zeigt ihr mir das? Ja, sehr schön. Brauchen wir, glaube ich, nicht mal. Wir können direkt da oben rumgehen. Ja, sauber. Sehr schön. Wir haben schon mal Gummi. Dann gucken wir. Der stellt fleißig Petro-Koks her. Gibt das hier hinten hin aus. Und der verbrennt das zu Strom. Geile Meile. Das löppt. Das heißt, wir haben Plastik. Supergut. Schweröl kommt genug rein. Ne, gut, dass die Pumpe nicht auf volle Lotte laufen muss. Hier können wir das nachher nach Belieben erweitern. Ne, und... Ich habe jedoch das Gefühl... Ich meine, der wird voll ausgelastet sein. Das ist auch eine Frage. Zack, zack, zack. Ob der das ganze Petro-Koks herbrand kriegt. Weil wenn nicht, dann steht die Produktion. Und ich habe hier... Moment, ich gucke mal, ob ich hier gerade noch einen Schredder... reinbauen kann. Aus dem Schredder... Ne, fehlt natürlich wieder... Zack. So, dann reicht's. Da muss das nachher hin. Dann kommst du hier nochmal weg. Dann haben wir da einen intelligenten Splitter ran. Zack. Was natürlich so easy nicht geht, wie ich es mir vorstelle. Und dann ist das abrandet. Warum geht das nicht? Ach komm. Das ist doch scheiße. So. Geht's halt einmal weg. Was er da jetzt auch immer als Ausgang gesehen hat. Jetzt passt das. Jetzt kannst du da wieder munter hochgehen. Und du schickst Überschüsse... direkt da rüber. So. Mittlerer Ausgang... Petro... Wenn man das anders... Rechter Ausgang ist Überschuss... Mittlerer Ausgang ist... Petro Koks. So. Dann können wir das nämlich... direkt wegschreddern. Und dann... haben wir hier erstmal ein... Perpetuum mobile. Überschuss geht direkt weg. Hier haben wir das Plastik. Irgendwo richten wir uns dann irgendwann... den Bahnhof ein. Du läufst auch? Ja. Und du... Verballerst hier. Oh, es geht... Hätte sich in die Grenze nur 50 jeweils reingehauen. Noch ein Kohlekraftwerk... und das Ganze ist... rund. Aber dafür brauchen wir erst... mehr Beton. Ohne Beton geht überhaupt nichts. Den Rest nehme ich mit, damit wir den Weg nach Hause... gut schaffe. Sehr schön. Damit haben wir das erste Plastik am Laufen. Sehr provisorisch noch. Das ist überhaupt kein Problem. Denn... mit mehr Beton wird das auch mehr gut. Was wir hier jetzt noch fix bauen... ist ein weiterer Container. wo wir erst mal unseren ganzen Kram reinschmeißen. Kann ja auch auch minus hier hin. Alles einlagern. Bis auf... Betonien. Wo ist Beton? Wo ist Beton? Wo ist Beton? Den brauchen wir vielleicht nochmal zum Bau. Der Rest kann eigentlich hier bleiben. Das ist total lax. Und dann hole ich... zur nächsten Folge hin. Einfach Beton. Dann... bauen wir das Ding hier... im großen Stil. Wir gucken nochmal... was haben wir hier an Material noch. Ja, Beton werde ich holen. Und nochmal ordentlich Kupferrohr. Und dann... passt das glaube ich. Dann dürfte das in Ordnung sein. Die Sprungstelze nehmen wir auch damit zurück. Die brauchen wir hier nicht. Und die Festplatten auch. Und die Schnecke eigentlich auch. So. Das war ja... relativ easy. Plastik, Plastik, Plastik. Blöde ist... wenn natürlich... äh... Lager voll... dann... steht hier alles relativ zügig. Das ist noch ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir auch noch geklärt. Ne? Da bauen wir hier so ein kleines... neben Plastik und Gummilager. Und... können wir gerade noch so einen bauen. Ne? Zutaten ja los. Ich hab nichts mehr im Moment. Ne? Aber dann ziehen wir hier gleich... vier Raffinerien hoch... die alle Plastik raushauen. Und im Zweifelsfall dann nachher... Oh, wir können auch einfach hier reingucken. Ja. Gummi können wir... die können wir ja auch schreitern im Zweifelsfall. Gummi... Ah, okay. Ich kann entweder direkt aus Öl Gummi machen. Treibstoff. Das ist ja auch geil. Geht entweder aus Polymerharz oder... aus Wasser. Ich kann mir quasi ausruhen, was ich daraus mache. Aber das ist wahrscheinlich denn für den Brennstoffgenerator, ne? Was ja viel mehr Sinn machen würde. Aber erstmal ist das mit Petro Cux cool. Alles cool, alles cool, alles cool. Der ist sogar erstmal grünstiger als der andere Scheiß. Kunststoffreste, auch aus Polymerharz. Okay. Dann haben wir... mit der Quelle Kunststoff voll. Mit der nächsten Quelle haben wir Gummi voll. Und dann haben wir den Scheiß erstmal fertig. Dann haben wir Gummi und Plastik. Wie gut ist das? Und dann müssen wir uns bei Zeiten... eine Transportmöglichkeit nach Hause überlegen. Da will ich, glaube ich, eine Bahn haben. Das fände ich total cool. Aber ich habe die noch nirgendwo da gesehen. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen. Und hier können wir tatsächlich... eine relativ große Stromproduktion hochziehen. Die dann erst einmal unsere andere auch ergänzt. Sodass wir mehr holen können. Aber das schauen wir, wenn wir soweit sind. Damit sind wir durch. Beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder. Mit ganz viel Beton. Den will ich zwischenzeitlich holen. Ich danke euch fürs Zugucken, wenn es euch gefallen hat. Daumen, Abo, Kommentar. Was kann ich besser machen? Hier noch eine ganze Menge. Das weiß ich selber. Das ist rudimentär. Und ja. Wenn es euch Spaß macht, guckt gerne auch mal auf den Discord. Da sind immer mal ein paar Live-Ausstrahlung, Live-Events und sowas. Und wir haben jetzt auch das erste... Nebenprojekt gemacht. Wovon ihr demnächst hören werdet. Das ist der Factory Cup. Es war irre witzig. Ich habe am Wochenende gemacht. Und das wird demnächst auch hier auf den Kanal kommen. Und wer darauf Bock hat, der wird das leider nur über den Discord erfahren. Wann das das nächste Mal ist. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Berthold. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018